Ich finde das ein durch und durch richtiger Vorschlag, den hier der Bundesinnenminister gemacht hat. Das elendige Sterben im Mittelmeer muss ein Ende haben. Dazu ist das ein richtiger Schritt, eine solidarische Verteilung hier vorzunehmen. Und deswegen kann ich das nur begrüßen als einen wirklichen Schritt in die richtige Richtung.